Hallo ihr Lieben, wir haben heute wieder ein neues Video für euch. Geht es heute um Gummibärchen. Um viele Gummibärchen. Wir werden einfach mal alle Gummibärchen, die wir im Laden finden werden, zusammenmischen, schmelzen und einen Riesenbär draus machen. Und den könnt ihr dann kaufen. In jedem Supermarkt. Bei mir um die Ecke. Schreibt bitte einfach mal jetzt in die Kommentare. Das ist das beste Video aller Zeiten. Weil einfach cool. Ohne dass ihr es gesehen habt. Ja, ja. Lasst im Video super gerne einen Daumen nach oben da. Und jetzt gehen wir einkaufen. Yeah. Ich bin so gespannt, wie teuer das wird. Nicht billig. Da sind wir im Paradies, oder? Das ist einfach mal die größte Gummibärchenabteilung, die ich je gesehen habe. Oh, was nehmen wir? Einmal alles. Einmal alles. Das, das, das nehmen wir nicht. Dann fangen wir an. Yes. Ich liebe dieses süß-saubere Bärchen. Ein Kilo, wie wär's? Die habe ich ja noch nie gesehen. Das sind Feen. Ein Feenflug. Oh, ich sehe das. Komm auch mit. Nö, die haben wir noch nicht. Oh, das kommt uns ja sehr gelegen. Ab zwei Stück. 50 Cent billiger. Nur 99 Cent. Ja, Sparfüchse am Werk. Achtung, es folgt ein Speed Haul. Und Action. Feen. Bärendraum. Happy Cola. Happy Cherries. Bärchenpärchen. Saftgoldbären. Fruit Delicious. Flamingos. Spaghetti. Kinderschnuller. Wurmis. Und Goldbären. Wuhu. Ich glaube, das ist unser Video mit der meisten Begeisterung. Dann werfe ich die Maschine mal an. Diese interessante Pärte haben wir übrigens extra nur für dieses Video geholt. Und wir hoffen, es funktioniert. Stufe 5. Wir gehen aufs Ganze. Womit beginnen wir? Klassiker. Goldbären. Oh, da darfst du auch Rüsten angreifen. Nirgends. Rüsten. Welche Farbe von den Goldbären magst du am liebsten? Zuerst esse ich hier mal ein rotes und dann ein grünes. Ich mag grün am liebsten. Weiß sind die ekligsten. Finde ich auch, aber es gibt so viele, die weiß am liebsten mögen. Ehrlich. Wir können alle meine haben. Lassen wir weiß weg von unserem riesen Gummibärchen. Zur Sicherheit. Okay. Wie viele brauchen wir denn? Alle. Das sind die Goldbären. Okay, der Grundstamm. Ist es normal, dass es zu stinken beginnt? Öh. Ist das die Platze? Bäh. Das stinkt ja richtig doll. Noch passiert nichts. Boah, stinkt das. Boah. Es knistert. Glaubst du, das ist giftig, dieser Geruch? Erzählt schon was? Nö. Vielleicht erst brutzeln. Vielleicht sollten wir nicht gleich fünf einstellen. Sonst geht nach der Rauchmelle los. Also raucht die ja nicht. Nö, es stinkt. Machen wir eine Verkostung inzwischen. Okay, ich will unbedingt die Flamingos kaufen. Das sind die Feen. Die werde ich auch mal wieder gegessen. Dankeschön. Die haben aber eine komische Konsistenz. Die sind so matt. Die schmecken nicht, weil sie wären 100 Jahre alt. Vielleicht sind sie 100 Jahre alt. Die hatte ich schon zu Hause. Ehrlich? Mhm. Alle anderen sind neu gekauft. Guck mal, ob sie abgelaufen sind. Oh je, das Mindesthaltbarkeitsdatum ist schon abgerieben. Oh, ihr traut's. Es schmilzt. Es schmilzt schon. Es schmilzt schon. Seht ihr, es schmilzt schon. Das wird ein Klump. Mich siehst du jetzt. Und den Topf können wir jetzt schon in die Tonne kloppen. Der gehört aber auch meinem Papa. Oh, oh. Ich schalte mal ein bisschen runter, oder? Ja. Drei? Mhm. Kennst du Fruitylicion? 30% weniger Zucker. Die probiere ich noch. Die nehmen wir ab. Das haben sie wegen mir gemacht. Die haben jetzt angefangen auf diese Päckchen zum Teilen draufgeschrieben. So, weil ich habe immer eine Packung rein gegessen. Und hinten steht auch extra, eine Portion entspricht einer kleinen Handvoll. Ich habe kleine Hände. Aber da passen trotzdem alle rein. Ananas, Himbeere oder Orangen? Das mag ich nicht. Die musst du schon probieren, die von Gesicht. Oh, das wird schon richtig gut. Wow. Das geht ja schneller, als ich dachte. Dann machen wir jetzt zwei Fruitylicious rein. Bist du damit einverstanden, Frau Körchen? Noch ein paar Flamingos. Das ist ein Geheimrezept von unserer Urgroßmutter. Du kannst nicht anders, oder? Wie oft hast du als Kind eigentlich auf die heiße Herdplatte gegriffen? Nur Spügeleisen. Sarina greift gerade alle 5 Minuten diese Platte hier außen an. Weil steht, man darf sie außen auch nicht berühren. Aber ich kann es nicht glauben, dass wir das nicht berühren. Sie ist aber schon warm. Nur warm. Hier ist es schon heiß. So, das ist dicker Glitzel. Ne, jetzt Finger weg. Wir verletzen es doch ernsthaft. Jetzt probieren wir die Fee. Oh, das kocht schon. Das ist schlecht, oder? Ich habe zwei. Auf eins. Hier ist ein Eisstern. Eben, die schmecken eh alle gleich. Nein, das Blau ist schon lecker. Echt? Mhm. Mach mal ein paar hier rein. Das ist schon spannend. Kirschen kennt eh jeder. Aber ich würde trotzdem gerne eine bitte waschen. Ich erzähle euch jetzt mal eine voll unfaire Geschichte aus der Schule. Okay, ich höre. Das war Volksschule, also Grundschule. Und da hatte ich Kirschen mit in der Schule. Echte oder guck mal welche? Echte. Echte Kirsche. Die coolsten Kirschen sind immer die, die zusammenhängen. Und dann habe ich mir die halt ans Ohr gehängt und gesagt, ha ha, guck mal, ich habe Ohrringe. Und dann ist meine Lehrerin böse geworden und hat mich rausgeschickt. Und ich weiß nicht warum. Aus der Klasse? Ja. Das ist echt unfair. Das macht doch jeder. Jeder hängt sich Kirschen auf die Ohren. Vielleicht hat es eine Kirschen-Allergie und war einfach süchtig. Und außerdem hat sie bei jeder Schulveranstaltung irgendwelche Opernlieder singen müssen. Und keiner hatte darauf Bock. Nicht mal die Eltern. Liebe Grüße an diese nette Lehrerin. Ich weiß noch, wie sie heißt. Sie kennt dich bestimmt auch noch. Hier ist die Kirschen-Verbrecherin. Jetzt ist übrigens der Zeitpunkt gekommen, an dem ihr mal alle eure Lieblings-Gummibärchen-Sorte in die Kommentare schreibt. Guck mal, es wird voll gut. Vicky wollte vorher, bevor wir das Video gedreht haben, nochmal googeln, wie man Gummibärchen denn richtig schmeißt. Ich wollte nicht, dass dieses Video in die Hose geht. Das Video bedeutet mir sehr viel. Ich dachte, vielleicht muss man es vielleicht im Wasserbad machen, weil es im Topf anbrennt. Und natürlich lag mir auch der Topf von Serinas Papa sehr am Herzen. Ich mag vor allem die Sauren. Die haben wir aber diesmal weggelassen, weil sonst wird das ein bisschen gestört. Im Kino mag ich besonders gerne Cola-Fläschchen. Und dann mag ich noch gerne Bärchen-Pärchen. Und Pastafrutter, die sind sauer. Was magst du? Äh, Kirschen und die Frösche. Du machst das richtig gut und die Farbe wird natürlich wieder braun. Vor allem, wenn jetzt braune Cola-Fläschchen dazu kommen. Und Würmer. Ups, das war eine große Ladung. Wollen wir mal zeigen, wo wir das dann reinfüllen? Das ist das Coolste an dem Ganzen. Warte, ich hole es. Seid ihr bereit? Dum, dum, dum. Wir haben so einen Teddy-Bär. Eigentlich ist es, glaube ich, die Kuchenbackform. Und wir machen da drin unseren Gummibär. Gab es mir schon genug, ne? Nein, klar nicht. Der ist groß. Man bringt auch jedem ein Stück Kuchen, wenn man einen gebacken hat. Wir bringen jedem ein Stück Gummibär. Betty Butterfly. Oh, das ist süß. Und unterbrief hier meinen Vortrag. Ich war gerade bei Betty Butterfly. Die ist gelb und hat ein Schmetterling. Und Frosty Feeny. Sie ist blau und hat eine Schneeflocke. Das ist so niedlich. Schmeckt blau wie diese Eiszucker? Hm. Schau mal die nächsten aus. Saftbären. Schneller. Hm. Ehrlich gesagt will ich die Bärchenpärchen nicht hergeben. Das ist mir zu schade. Sei bitte nicht zu geizig. Was ist eigentlich ein Saftbären besser als ein normaler Bär? Saftiger. Wer mag die lieber? Magst du die lieber? Ich mag die nicht. Hm. Das sieht ja schon mal sehr professionell aus. So sieht es bestimmt bei Haribo in der Fabrik aus. Die können schon in Produktion gehen. Du könntest nicht bewerben. Wir machen jetzt ein Bewerbungsvideo. Also, was bist du, genau du, das im Team von Haribo dabei sein kann? Hallo, ich bin begeisterte Gummibärenköchin. Ich liebe die Kirschen und die Frösche. Und ich bin sehr experimentierfreudig und offen für Neues. Schreibt mich an. Herzlich willkommen im Team. Du bekommst morgen bestimmt eine Mail von Haribo. Die Schnurler finde ich aber auch. Da kann man nämlich Diamantringe drauf machen. Wer macht das auch immer? Wenn eine Ecke nicht aufgepummel, wird man die nächste und dann die nächste und dann die nächste. Und dann holt man eine Schere. Der Ring ist gold und da habe ich die Schnurler bereits schon abgebissen. Und jetzt, der Diamant ist natürlich rot. Das ist nämlich ein Rubin und den können wir dann einfach hier draufkleben. Tada! Voll gut, was ist das her? Selbst erfunden. Nie, Uli. Doch, echt, ich schwöre. Das hat sie bestimmt nicht selbst erfunden. Doch. Niemals. Sie glaubt nie, dass ich auch mal gute Ideen habe. Darf ich euch jetzt mal die Wahrheit erzählen? Die Wahrheit ist, wir haben jetzt zwar super niedliche Tasten, aber es ist nichts drin. Weißt du, Serena stellt einfach diese Tasten auf. Und ich dachte, ja, vielleicht hat sie ein Kakao gemacht oder Kaffee oder Tee wenigstens. Oder Wasser. Nein, es ist nichts drin. Habe ich vergessen. Ach, vergessen. Das ist traurig. Spaghetti. Da mag ich blauer Lüge. Du magst überall blauer Lüge, wenn es blau gibt. Aber irgendwie schmecken sie nach nichts. Ich schütze mal besser den Tisch, weil ich sehe schon kommen, das wird eine Katastrophe. Tee, geht? Ja. Action. Uh. Das sind noch ein paar ungeschmolzene. Siehst du das? Das ist dann wie in den Muffin so Schokostückchen. Ja, voll gut. Ist genug? Ja, da ist noch viel drin. Finde ich Farbe ist richtig gut geworden. Ich hatte schon Angst, dass es braun wird. Hey, wir haben nicht mal gekleckert. Richtig gut. Das ist so dickflüssig, damit kann man gar nicht gekleckern. Und jetzt Deko. Das ist einfach so klebrig. Wir kriegen das nie wieder los. Oh, das ist voll warm. Das ist never ending. Einfach reinlegen? Ja. Ich glaube, die störe ist das auch ein Zwei. Die werden dann bestimmt schon anfragen auf unseren Bären, ob sie den dann so nachproduzieren dürfen und verkaufen dürfen, weil der so cool ist. Ja. Zum Jubiläum dann. Das ist so cool. Ich will ihn probieren. Ich kann gar nicht warten. Wie schwer ist der denn? Ja, schon ein guter Zwei Kilo. Und der muss jetzt ins Gefrierfach. Das ist billig Spielzeug. Wir haben das Bärchen aus dem Gefrierfach geholt. Das ist hart. Das ist steinhart. Geht es raus? Oh mein Gott. Wie krass sieht das bitte aus? Ich kann es gar nicht glauben. Das war süß. Hallo mein Freund. Wir wollen dich jetzt probieren. Aber noch ist er tiefgefroren. Können wir den überhaupt schon essen? Wir müssen ihn anschneiden. Wir müssen noch ein Foto machen vorher. Weg mit dem Messer. Guck mal. Wir müssen ihm einen Namen geben. Hubert. Ups. Ich glaube, das mit dem Schneiden wird schwierig. Schnell dir mal ein Ohr ab. Doch nicht, gest den Kopf. Hier das Ohr. Nein, dann das Bein. Ja, oben ist er viel zu süß. Wir essen nur den Fuß. Der Kopf darf niemals gegessen werden. Das ist wie bei so einem Silvester-Schweinchen. Oh nein, bitte schneid den nicht in den Finger. Das geht nicht. Dann lecken wir dran. Oder wir warten, bis er auftaucht. Lasst uns unbedingt einen Daumen nach oben da. Das Video hat mega viel Spaß gemacht. Hinterlasst auch gerne Vorschläge in den Kommentaren, was wir noch so alles austesten könnten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich würde ja jedem von euch ein Stück schicken von unseren Bären, aber ich esse ihn lieber selbst.